Ah, YouTube! Herzlich willkommen zurück zu einer erneuten unglaublich sexuellen Folge Elden Ring mit meiner Wenigkeit, euren Zocki. Es geht munter und weiter weiter, hätte ich gesagt, gell? Passt, ich habe jetzt eine neue Waffe. Die habe ich jetzt hochgeknüppelt auf plus neun. Die ist cool, leider. Ihre Arsche macht mich stärker. Schauen wir mal, ob ich mit der überhaupt was reiße. Aber ich finde irgendwie, ich bin zu schnell unterwegs. Ich habe hier noch einiges zu entdecken. Da müsste man sich noch ein bisschen umgucken, finde ich. Hier zum Beispiel, ist das was? Oder waren wir hier schon? Nein, da waren wir schon. Das war nichts, gell? Da waren wir schon. Oder? Ich denke schon. Wir können aber hier. Dann hätten wir hier ein bisschen was. Da ist safe irgendwas. Und hier, hier runter. Ne, dann kommen wir ja wieder hier raus. Das passt schon. Wie komme ich hier hin? Ich glaube, ich komme von da aus hier hin, oder? Lass nochmal kurz gucken gehen. Nicht vergessen. Keine Ahnung. Ah, lass mal schauen. Ich glaube, ich komme von hier aus dorthin, oder? Ich bin verdammt langsam mit der Waffe. Das ist ein bisschen störend. Daran muss ich mich jetzt gewöhnen. Ah, schaut das gut aus. Ja, schau, hier ist der Weg. Ja, ist der Hund. Der lebt noch? Verdammte Angst. Das war ein DJ Downey, Alter. Perfekt. Aber trotzdem bin ich kacke langsam. Oh, ich kann nicht zuschlagen. Oh, ja, schönes Ding. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich treff nix. Ich treff einfach nix. Ich treff einfach nix. Gleich mal gucken gehen. Machen wir sich ein bisschen stärker. Dann haben wir den Typen weg. Ah, jeder von denen ein Hund? Ah, jeder von denen ein Hund? Das ist ein bisschen nervend. Nein, da ist nix. Aber okay, jetzt war ich hier beim Wasser. Aha. Hier wäre noch was. Aber wir raten euch erst, dass der hier hin, hätte ich gesagt. Gut. Nichts. Aber wir raten euch. Sehr gut. Letzt auch. Komm ich hoch? muss doch irgendwie hoch und war hier ein weg hoch eventuell dann hier über das gebäude eventuell hoch ne ja das war es oder was tust du okay die bräse mache ich gut weg mit der waffe jeder gar nicht so verkehrt das einzige was mich stört hat dass ich wirklich sehr langsam zu schlagen kann das ist ein bisschen nervend wenn ich ehrlich bin jetzt bin ich echt nicht gewohnt langsam zu schlagen was hier kurz gucken da muss doch irgendwas sagen oder okay okay das kann ich werde ich hier verfolgt oder was ist das oder sind schon ein paar immer bisher aufpassen mich hier hoch die dann so drüber wir müssen jumpen irgendwie wohl einfach reihe wie er zeigt ob ob nix ausgeglichen hier kostet auch viel zu viel ausdauer so der schaut mir gefährlich aus oh der mit nope 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 oh neue waffe neue waffe schönes ding war da noch irgendwo was hier geht's hoch hier hinten hat aber nix mehr gibt es auch hochgehen keine ahnung da wir gehen mal so jetzt noch ein big boss oder so ja doch wem stampfen mhm akarn ja geil aber war hier nix mehr warte mal hier rüber gehopst okay jetzt bin ich hier ich glaube da war sonst nix mehr das war es das wäre es gewesen hier gut dann können wir also das haben wir jetzt erledigt aber hier habe ich noch gar nicht hin na warte hier runter habe ich noch gar nicht geguckt so was die richtung oder so und leer genau hier entlang müssen wir ah ja genau blödsinnig da lebt noch gut dachte wer baulich dachte ein teacher reicht was bist du geil der gibt mir sachen das ist den ganzen lieber aber aber hier ja da waren wir schon hier waren wir schon aber dann hier runter ich würde gerne runter vom bär bruder ja dankeschön schmiedestahn schmiedestahn ah mein pferd ist tot vogel servus tot geil das war geil was ich an der waffe nicht mag ist wenn ich zurollen und einen leichten schlag macht dann peaks dazu das feiere ich nicht so eine riesen ziege damit 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 um die ganzen ziegen hier auf mich du winst es nicht das ist schon geil das ist schon geil au 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 die olle die kill mich die fischer kill mich tot durch ziege die lasse ich jetzt sie sind zu gefährlich die biester da gibt es ja keine öle oder so irgendwas neues zu entdecken zu winzig ist der prä gewesen treffen einfach nicht oh mann miese nummer so Okay, würdest du das bitte sein lassen? Oh mein Gott. Okay, ich brauche viel zu viel Heilung für so ganz kleine Gegner. Das ist ein bisschen lästig, wenn ich ehrlich bin. Ich muss hier ein bisschen stärker werden. Ich brauche dieses Skardu-Ding. Da oben ist doch was. Da oben ist eine Hütte. Komme ich denn hier hoch jetzt? Ich brauche das. Oh geil, ein Bild. Ey, geh weg. Ich von hier aus nicht, oder? Da ist noch was. Ah, eine Kirsche. Warte mal. Ich kann, glaube ich, hier landen. Oder nicht? Oh, oh. Geilo. Regeneriert langsam FP. Okay. Ich muss unbedingt den Ausdauer leveln, damit ich mehr tragen kann. Ich möchte nicht unbedingt gezwungen sein, einen gewissen Talisman zu tragen. Wisst ihr? Das bockt nicht. Ich möchte gerne variieren können. Und ich kann nicht eine komplette Rüstung tragen, die ich möchte. Ich muss da auch ein bisschen immer variieren. Jetzt suchen der Ritter. Oh, die möchte ich anziehen. Ich hoffe, das geht. Die ist doch nicht schwer. Die ist voll winzig. Die ist nicht schwer. Perfekt. Neue Rüstung. Nein, theoretisch könnte ich das jetzt wegtun und ich bleibe mittlere Last. Okay, das ist geil. Das ist geil. So, wo gehen wir hin? Schauen wir mal. Okay, jetzt haben wir das hier oben erledigt. Kann ich von hier aus hier runter und dann so? Was ist das für ein Dreck? Lass mich das kurz markieren, weil sonst ich finde das nie. Ich kenne mich nie aus. Was ist das dahinter? Warte mal, kann ich hier durch? Hola. Oh, der ist stabil. Au, der ist stabil. Ich habe kein Ding. Oh no. Steh doch auf. Mann, Bruder. Der ist der Ultima-Kee-Blink. Der ist der Ultima-Kee-Blink. Also, ne, das geht gar nicht. Ne, ist ein Blödsinn. Komme ich nicht ran. Na gut, dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Dann gehen wir wieder zum Startpunkt, hätte ich gesagt. Gut, und von hier aus, pass auf. Was haben wir noch? Okay, ich weiß nicht, ob hier irgendwas sein wird. Aber hier hoch zum Beispiel. Warte mal, wie komme ich denn dahinter? Da ist etwas. Ich muss sowieso über die Brücke. Aber hier könnte man auch noch gucken, was da hinten ist alles. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Ich will nur schauen. Ich soll mir keine Höhle oder so entgehen, wisst ihr? Ich habe Bock, alles zu erkunden hier. Oh, warte mal. Hier ist eine Gnade. Die holen wir sich. Oh, da ist ein Drache. Oh, da ist ein Drache. Ich hasse Drachen. Scheiß drauf. Mach mal weg. Denke ich. Lebst du ja? Oh, mach ja gar kein Damage. Aua. Aua. 700. Da bin ich voll reingerollt. Da bin ich voll reingerollt. Bruder, Bruder. Shit, Alter. Die Waffe ist... ...ist mir viel zu langsam. Oh, my God. Oh, my God. Oh, nee. Oh, nee. Ich muss echt vorsichtig sein mit dem Bray. Oh, Mann, oh, ich habe ihn nicht mehr richtig gesehen. Oh ja, ich habe ihn gebrochen, Bruder. Oh, das schaffe ich nicht, oder? Das schaffe ich nicht. Hey, 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 nein, fuck. Oh, da macht irgendwas, das kenne ich nicht. Hey, 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 der Flügel, den kann man nicht treffen. Das ist ja ultra mies. Shit. Okay, macht wieder so einen Flächenkackdreck. Uh, das geht weit. American Dragon. Boah, Bruder, es dauert mir viel zu lange. Viel zu früh. Shit. Ja, Gott, ich dachte, ich wäre weit genug weg gewesen. Jetzt noch ein Hund, auch noch. Bitte, komm schon, Bruder. Ach, Mann. Ich treffe ihn wieder nicht. Nein, ich treffe ihn schon wieder nicht. Wieder nicht. Er haut einfach ab. Er haut einfach ab. Jetzt haben wir. 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 Jetzt kann ich da einfach drauf fahren und der ist tot. Perfekt. Geil. Jetzt haben wir den Drachen erledigt. War echt anstrengend, muss ich sagen. Ich mag Drachen nicht als Feinde haben, also. Es ist nur nervend, weil du den Typen einfach hinterher rennen musst. Bis nach Hause einfach. Das macht sowas von kein Bock. Ich brauche eine Gnade, Bruder. Die Waffe ist so langsam. Ich glaube, ich switch wieder. Wenn ich eine bessere Waffe kriege hier im DLC, dann gehöre ich mir. Ich meine, es ist cool, dass ich so alles verstärken kann. Aber die sind einfach zu langsam. Kommst du runter? Einer von euch. Du hast doch keinen Bock. Du wartest, bis ich hier durchgehe, gell? Dann kommen sie alle auf einmal. Warte kurz. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay. Macht richtig gut Damage eigentlich. Dann kommt das durch. Ok, das war es. Das war es, Bratant. Grabvogelrüstung. Interessant. Wo ist die? Aber gibt mir nicht gewisse Bonis, ne? So, wie viel haben wir? Zwei Heilungen. Da vorne war eh eine Gnade eigentlich, gell? Und hier geht's eh nicht weiter. Oder? Geht's hier irgendwie runter? Nö. Hey, aber ich mache ja gar keinen Schaden. Das ist ein Lobbereich. Mit einer Hand. Weiß ich gar nichts. Zu schwer das Tal. Das ist ein Lobbereich. Hehehe. Hallo? Aha. Unnötig. Ich finde, man findet viel, also für mich persönlich, sehr ziemlich unnötige Sachen. Egal, noch mehr Hallung, das ist gut. Gut. zu besaust wir haben gleich ein level ab drin was hat die vor verdammt hat oh mein gott was die abzieht bist du denn das wahnsinn ich kann mich nicht bewegen auch schon wieder nein jetzt bin ich tot oder ja verdammt der kuss des tode es hat mich halt bruder das muss ich hier hoch hört und ich bin aber überlegen ob ich nicht eventuell jetzt ohne witz die waffe ist cool aber diesmal viel zu langsam habe ich eine neue oh das ist ja auch neu stich aber stich habe ich keinen bock die wieder meine super krallen oder mit denen zerreiß ich alles also wenn ich die krallen anlegen pass auf dann kann ich ja auch die fette bombastische rüstung tragen oder müssen jetzt kurz testing einsamkeit wäre so einsam hier große last kann ich gar nicht ist ja ultra mies kann ich gar nicht er ist ja so schwer so ich brauche meine verdammten runen wieder nein krallen immer noch beste krallen habe ich so viele gegner gelegt krallen habe ich so viel zu tun 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 Oh, what the fuck is this? Also warte, was brauche ich? Muss ich schauen? Auf was ist denn das? Geschick, das heißt Stärke. Muss nicht unbedingt sein. Was habe ich denn für ein Talisman bekommen? Die Residenz gegen das euch zuletzt zugefügte Laden. Aha, das ist gar nicht verkehrt. Aber ich werde das hier machen. Aber dass ich gar keine Knalle hier finde, ist ein bisschen merkwürdig. Na gut, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt da heißt es dann über die Brücke, ne? Die war doch nichts. Die war keine Höhle und so. Die hätte ich jetzt nicht gesehen. Schauen wir mal kurz, wie viel wir brauchen für ein Level-Up. Level-Up. Eui, eui, eui. Ich brauche schon richtig viel. Ich brauche schon richtig. Wow. Martin Bremen müssen wir legen. Okay, cool. Er schießt sowieso generell woanders hin. Uhu, das war knapp. Perfekt, schönes Ding. Zack. Mit den Kerallen mache ich alle weg. Oh, was ich gern machen würde. Also das wäre ja auch wieder ultra langsam. Das wäre der Hammer. Und in einen Breed, den wir in der ersten Folge gelegt hatten. Aua. Das ist eine Gnade. Aber wir sind noch nicht so weit. Komm doch runter. Nicht, nicht. Ach Gott. Oh Gott. Au. Drecksau. Oh nein, ich bin voll ran. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die sind so gefährlich. Die scheiß Parfuminierer da. Die hakeln alle beim DM, Alter. Weißt du? Wenn es bei denen vorbeigeht, Alter, senken die die Nasen, Arifuchi. Hör auf mit dem Scheiße jetzt. Die hört ja gar nicht mehr auf. Ach, schau sie dir an. Wie soll ich denn da ran zu ihr? Ach, aber jetzt habe ich dich nackig gemacht, scherzig. Da ist noch so eine, oder? Ne, was ist das? Nix. Einfach nur ein Sack. Ja, siehst du? Sieht aus wie ein Sack. Da ist eine Truhe schon an. Direkt übersehen. Ich finde, ich erkenne... Ich erkenne hier nicht wirklich was. Schwierig. Schwierig hier was zu erkennen, finde ich. Oh, da ist so ein Skadu-Barm-Ding-Dreck, oder? Please, lass das so sein. Ja. Schönes Ding. Vielleicht kann ich mich noch ein bisschen stärker machen. Komm, schauen wir mal zur Gnade jetzt. Oder nee, warte. Als erstes mal die Typen hier alle wegmachen. Ich möchte mich nicht hinsetzen und dann umschauen. Weißt du? Ich möchte sie auf dieрейthe. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Mit dem Riesenhammer. Oh, verdammt, was der Raus hat hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was hat der Brita geworfen? So denn des Wahnsinns? Ja, geil, Leute. Wenigstens da. Hier, Stufe 3 jetzt. Noch mehr Damage. So, wo war das? Ich reite dorthin. Hol mal den Scheiß. Kein Bock hier, 243.000 oder irgendwas zu verlieren. Shit, da war's ja. Da war's ja. Oh, du Dreckser. Was machst du mit mir? So, hier war's noch. Irgendwo hab ich was aufleuchten gesehen, oder? Kann das sein? Level up ist safe drin. Hä, ich hab doch... Wie heißt, ich könnte schwören, ich hätte hier was leuchten sehen zum Mitnehmern. Wie heißt, ich kann das nicht sehen, oder? Oh mein Gott, wo komme ich denn hier hin? Ah ok, da zur nächsten Map dann, das lassen wir jetzt aber, ich will hier durch nämlich und ich möchte jetzt ein Level abmachen, so viele Runen, die müssen verwendet werden, das ist die Frage der Fragen, gehen wir hier noch einmal hin oder gehen wir eher hier auf Stärke, das macht 34, das macht 35 geschickt. Wir könnten aber auch Kahn-Energie, komm mach mal Kahn, damit Blutung noch heftiger wird. Oh, hallo du, mein Hübscher, wie geht's you? Alter, ich will ein schönes Bild von Moir haben. Oh mein Gott, Alter. So. Ich glaube, jetzt kriegen wir ein schönes Bild hin. Ey, Mann, Bruder, ich check's nicht, wo du hin willst. Ah, jetzt zieh die wieder raus, oder? Ne, doch nicht. Äh, ich weiß nicht, pupsst du mich jetzt an? Was hast du vor? Oh. Ja, okay, hab'n nicht wirklich coolen Schied bekommen, jetzt. Ah, hallo. Nein, nein. Da war ich jetzt ein bisschen kacke unterwegs. Äh, das war's? Nur dieser Raum? Das ist der Safe nicht wert. Irgendein Nonsens, den ich nicht brauche. Oh, gut, geht eigentlich. Tja. Hauptsache, der Hund ist weg. Doch, Mann. Oh, Mann, der hat auch einen Hund. Ich konnte nicht rollen. Hab' zu lange Gras gedrückt gehalten, nehme ich an. Oh, Ausloch. Heyo. Und wir sind das wahre Übel auf diesem Planeten hier. Aha, was kriegen wir hier Schönes? Milady. Milady, was wird denn das? Ah, da haben wir die Parfüm-Dinger. Ey, die sind ja aber... Aber es sind jetzt zwei Händen, ich weiß es nicht. Ne. Jetzt, oder? Ne. Kostet das Magic? Ne, kostet das gar nicht Magic. Ey, ist ja cool. Dass wir nur treten, gibt's nix anderes? Oh, ist das genial? Okay, aber ich will schauen. Milady, das ist sicher nur so ein verdammter Ding. Messen wir, Soldaten-Sperr. Okay. Oh, bitte, bitte, bitte. Milady. Das ist sicher wieder so Stich und Kackdreck. Ja, aber ich bewege mich ziemlich grazul. Wie eine wunderhübsche Prinzessin, kann ich mich jetzt bewegen beim Kämpfen. Das schaut aber gut aus, oder? Aber nicht mein Fall. Nicht mein Fall. Hallo, wechseln. Super, danke dir. Federn. Absolut wichtig, dass hier Federn liegen. Okay, warte, wir gehen hier hoch, weil da ist ne Gnade. Da ist wieder so ein verkackter Ritter. Ja, okay. Oh mein Gott. Du Papa, der Typ hat mich grad weggebumst. Kann ich hier... Na, shit. Kann ich gar nicht. Na, geh, oder? Ich hätte vielleicht vorher zur Gnade rennen sollen. Hä? Hä? Ja, wieder du. Ja, das konnte ich mal nichts machen. Oh, da wehe dir, du Kieferliches. So, warte kurz, wir rennen kurz. Das erste Mal. Hopp. Ja, ich hänge hier fest. Da war ne Gnade. Oh, hier ist ein Skato-Ding, hast du. Oh, nicht. Eingelegt hier so. Jetzt perfect. So, Bruder, jetzt kann man spielen. Bruder, der macht mit seinem Shield mehr Damage als jeder Boss, den ich bis ich jetzt gesehen habe. Na, fuck dich doch weiter. Und er droppt nichts. Hat er mir wenigstens Runen gegeben, der Brie? Ah, nee, shit, ich brauche mehr. Er ist wieder hier, gell? Ja, ja, er droppt aber nichts. Drexer. Dann brauchen wir den Typen auch nicht machen. Alles gut. Au, collega. Oh, hier ist ein Loch. Rein ins Loch, Bruder. Zacki, Zacki, hallo, ich bin's. Der Zacki. Den anderen und dann. Der will spielen. Kommt der Vogel geflogen. Verdammte Scheiße, ich treffe keinen. Okay, warte mal. Ach, der ist hops gegangen trotzdem. Safe nicht wert, ich sag's dir jetzt schon. Das ist es nicht wert. Hier ist irgendein Dreck, obwohl das ist violett, ne? Okay, ist es mir doch nicht wert gewesen, ehrlich gesagt. Oh, Alter, warum dreht sich die Kamera, wenn ich da raufhut? Müssen wir mich verarschen jetzt? Das sieht doch nach Bars aus. Hallo? Ach Gott, ich finde richtig viel Kacke. Muss man schon sagen. Also hier liegt es richtig. Hä, was ist denn los? Was? Oh Gott, du blöde Dreck. Du hast doch mitgewartet, ne? Er markiert direkt mal den Falschen. Weißt du, was mir fehlt? Ne Gnade. Aber geht's? Ist das Tor offen? Und hier war meine Gnade, das passt doch. Oh, es geht. Mit Dreck, Rado. Gib mir deinen Stern. Niemals wirst du mich kriegen. Nicht solange ich noch lebe. Hallo? Ein Faden. Gut. Ja, da ist nix. Mach mal, wie sie die Laterne anhat. Also ich fängs ein bisschen duscher hier. Wahnsinn, halt. Oh, du Dreckst-Föhle, du. Nimm deine Knochen. Da könnt doch. Aber da ist nichts. Ja. Der Schädel? Hat der nix. Okay. Da oben ist ein Zauberer. Nervt ihr jetzt schon? Perfekt. Wie komme ich hier hoch? Zu dem Brébré. Der Typ muss sterben. Hier sind ein Lader. Geil. Der muss... Oh, nee. Die Typen... Da oben war es sonst eh nichts mehr, glaube ich. Geil. Können wir ruhig weiter huschen hier. Oh, oh. Der sieht mir doch ziemlich gefährlich aus. Eventuell. Okay. Ich treffe ihn nicht. Okay. Der Typ hat Strafe. Hallo. Der Typ hat Schaden raus. Ohne Ende. Ohne Ende. Ha ha, Bruder. Fuck. Mama. Dreckskerl. Immer schön heilen. Ha, ich hab mehr Flaschen als du, du blöde Dreckser. Oh, fuck. Da hat er mich aber voll erwischt. Gönn wenigstens was Geiles. Okay, ist ein Schwert. Ja, vielleicht. Mal gucken. Aber nee, das war ja ziemlich brutal schwer, oder? Gar kein Bock jetzt da. Gar kein Bock auf schwere Schwerter. Und Tauera. Elanas. Kami. Warte, was war hier noch? Ja, sag mal, Gnade oder so. Gar kein Bock, dir ein bisschen zu verteilen, ne? Mama. Mama. Manana. 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 So, bei der nächsten Gnade machen wir dann Schluss. Oh, wie ist das? Jetzt zaubert da noch einer. Ja. Es ist anscheinend gibt's hier keine Gnade. Na, was auch nicht. Oh. 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 Boah, Bruder, der haut mich weg, als wäre ich ein Stück Scheiße. Der flammt mich nieder. Hier ein Stück Scheiße. Gib mir einfach deine verdammten Schmiedesteine. Da ist ja noch ein Dreckskerl. Hallo, du Stück Scheiße. Ah, du hast ja kaum Leben. Oh, verdammt. Ey, ich will aber eine Gnade endlich haben. Gibt's doch nicht. Blöde Dreck. Ich weiß Bescheid, Alter. Ich werde runterfallen wegen dem Dreckstypen hier. Oh, super. Wieder so ein... Oh, ich habe einen Magieschlüssel. Aber wo ist die Gnade? Dann retten wir einfach an den Typen vorbei. Da ist eine Gnade. Endlich, YouTube. Wir haben es geschafft. Wir sind zu glücklich. Da bin ich alle miteinander hier. Gut, dann kann ich auch runtergehen und den Typen noch vermöbeln. Das können wir jetzt noch gemeinsam machen. Ich kann das nicht so auf mich sitzen lassen, dass der mich antitscht hat. Ach so, warte mal. Konnte ich jetzt da... Konnte ich jetzt da aufleveln eigentlich? Habe ich noch ein... paar Tuttingens da gefunden? Ne, habe ich nicht. Da bin ich. Was, der heilt sich an den... Oh, ja, komplett. Der heilt sich einfach komplett. Ich kriege wieder nichts von ihm. Oh Gott, das ist ja unneidig, der Typ. Ja gut, wir pflanzen uns wieder zur Gnade und dann... Ja, dann war's das, YouTube. Heute ganz entspannt durchs DLC hier. Ach, YouTube, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Haut rein und immer brav sein. Tausend.